Franziska, was ist diese Sache mit dem Refresher? Was ist das? Also wenn du schon mal die Ausbildung bei mir gemacht hast, zu MindMirror Coach oder zu MindWrite Coach, dann kannst du noch mal an einer Ausbildung teilnehmen, siehst alles noch mal aus einer ganz anderen Perspektive, bist selber schon wieder weiter in deinem Leben, kannst also all die Coachings, die wir auch mit dir machen, bringst dich selber dadurch noch mal aufs andere, auf nächstes Level, sage ich mal so. Aber du siehst halt auch die ganzen Inhalte noch mal aus einer neuen Perspektive, weil damals als du die Ausbildung gemacht hast, warst du natürlich komplett drin in deinen Themen, alles war ganz neu und jetzt kannst du innerlich vielleicht so einen Schritt zurückgehen, kannst deine Erfahrungen da schon mit einfließen lassen, kannst dementsprechend mir sowieso immer alle Fragen stellen, wir können auch deine Fälle besprechen und 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 ja und du befindest dich auf einer anderen Ebene, sage ich es mal so und kannst dadurch einfach noch mal neue Inhalte, die es sowieso in jeder Ausbildung gibt, noch mal neu und anders und intensiver aufnehmen. Also es lohnt sich für alle, die das Gefühl haben, ich will noch mehr oder aber, ah man, ich habe das damals für mich gemacht und jetzt will ich aber wirklich damit arbeiten, aber seitdem sind jetzt vielleicht ein paar Monate oder paar Jahre vergangen und irgendwie will ich noch mal, nochmal, nochmal ein intensiveres Gespür dafür bekommen, dann fühl dich herzlich eingeladen, dann kommst du zu mir, bist du ein Refresher, kommst nach Ägypten oder zum Beispiel nach Stuttgart oder nach Göttingen und dann durchläufst du alles noch mal aus einer, wie gesagt neuen Perspektive und nimmst noch mal mehr für dich mit. Das ist der Refresher.